Ein Pokéboden. Du brauchst ne Yuna Go Beere. Ne, das hat kein Item. Geben. Hier sind die Beeren hier. Yuna Go. Ich hab eine. Aber muss ich die auf ne bestimmte? Ne, das muss auf Homburg drauf. Oh, Sammy, ich krieg am Sonntag Essen, hab ich gehört. Woo. Shiny Mützer. 84 Eier, meine Damen und Herren. The thing goes klar. Nom 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 nom. Und nebenbei erstmal am Mampfen. Beste Shiny Reaction. Erstmal nebenbei hier. Richtig, richtig am Gönnen. Ja, nice. Freut mich. Das freut mich sehr. Ich geh weinen. Mit dir macht's keinen Spaß zu hunten. Sammy, hab ich nicht jetzt gerade ausgeglichen insgesamt zwischen unseren Races? Weiß ich nicht. Ich hab meine, ähm, mein Whiteboard leider nicht mitgenommen. Warum? Warum eigentlich ein Whiteboard? That's racist. So. Weiß ich, weil's weiß ist. Shiny Mützer, meine Damen und Herren. Sehr geil. Freut mich. Ich würd sagen, wir entwickeln es direkt. Freut mich. Hä? Ja, mal gucken. Man hört den Hype. Mal gucken, was ich mir am Sonntag wünsche. Irgendwas richtig geiles. Da hab ich Bock drauf. Sonntags gibt's halt nix wirklich geiles. Mhm. Ja, aber wir finden schon was. Wir finden schon was. Wir finden schon was. Ich hätte sonst einfach gesagt, wir können auch Samstag draus machen. Dann gibt's den geilen... Oh, ja, bitte. Geiler Chinese. Yes, man. Oh, ja, okay. Samstag. Klingt gut. Hey, Johnny. Und danke, Johnny. Ich weiß gar nicht, wie die Weiterentwicklung von Milza in Shiny aussieht. Also, die zweite? Mhm, aus Mittelding. Ich glaub, er sieht aus wie Milza, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Schauen wir uns das nochmal an. So. Äh, 37, 47 waren die Entwicklungen, glaub ich, bei Milza. Milza! Milza! Boah, ein Level davor erstmal hängen geblieben. Johnny! Alter, Johnny haut raus! Mingi! Ich bin gespannt, wie Scharfax aussieht. Na, erstmal YouTube Plips, by the way, auch mal... Sollten auch mal im YouTube, äh, hier im Stream vorbeischauen. Ja. Finde ich auch. Ich, ich wollte hier schon sagen, der liebe, äh, Robstar ist kein YouTube Plip mehr. Richtig. Der ist jetzt ein krasser, äh, Twitch Chat. Ja. So. Na, gucken wir mal, wie Scharfax aussieht, weil ich weiß echt nicht, wie, wie Scharfax aussieht, anscheinlich. Ich glaub, Milza konntest du auch in irgendeinem Pokémon Mystery Dungeon als Starter haben. Da war ich Milza. Ich glaub, bei Portale zu... Oh! What?! What?! Wer hat gesagt, das sieht okay aus? Das sieht actually richtig gut aus. Alter, das blaue Schneider. Ja! Diese blaue Türkis ist richtig schick. Das gelb vielleicht nicht so, aber... Wer hat denn gesagt, das sieht bitteschön nicht so geil aus? Hallo? Das sieht richtig sick aus. Vor allen Dingen, Milza sieht komplett anders aus als Scharfax und Scharfax sieht richtig anders aus als Maxax. Also aber komplett anders. Was ist das denn für eine abgefuckte Shiny-Familie gefühlt? Krass! Also ich bin da ein großer Fan von, aktuell. Yes, tada, Mr. Daniel. Schauen wir doch mal, wie das Ding als Maxax aussieht, das wissen wir natürlich. Aber, wir müssen natürlich die Unwissenden spielen hier. Wow! Wait! Ich muss Essen ausgeben. War es 48? Oh, es war 48. Ups! Egal. Fast schon. Scharfax sieht trotzdem geil aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das sieht richtig, richtig geil aus. Und jetzt kommt... Alter Leute, sieht das nicht krank geil aus? Ohne Scheiß. Das ist für mich eins der besten Shinies of all time. Wisst ihr warum? Ich liebe schwarze und weiße Shinies. Aber das wird so... Das ist so random. Das wird von lila zu blau zu rot. Ja! Deswegen war ich gerade auch verwundert. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber Maxax sieht fucking badass aus. Also... Rot und schwarz. Absolut geile Kombination. Ich hoffe, den hauen die mal in Go demnächst raus. Den müssen die in Pokémon Go reinhauen, Leute. Uh! Da wäre ich sowas von dabei. Niantic take my money. Da würde ich alles für raushauen. Kapuno. Kapuno. Das Ding war halt... Das Ding sieht in Shiny nicht mal so geil aus. Aber... Maxax? Dann müsste ich mein Sparbuch bündern. Uh! So good, man! So, wie nennen wir den Burschen denn? Den Bürschle? Haben wir einen Namen dafür? Ich nenne ihn Max. Auf jeden Fall, Daniel. Mein bester Freund. Seit gestern, glaube ich. Oh no, er war gemutet für den besten Namen. Für welchen? Er hat gesagt, nennen ihn Tim im. Verstehst du? Wegen. Oh no, er ist hier mal so geil aus. Oh no... Oh no! Oh no... Oh no... Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Jetzt brauchen wir aber mal einen vernünftigen Namen, Leute. Okay? Ein vernünftiger Name, der des Shinies würdig ist. Und nicht Timim. Timim. Und Timim wegen Maxax. Als nächstes kommst du wieder mit Kevhev. Maxax, Timim und Kevhev. Und der Denen. Denen. Tomom. Alter. Hm, ohne Zahn. Na. Wie nennt man das Ding, Mann? Toothless kann es sein. Toothless. Wer sagt denn bitte ohne Zahn? Toothless. Ja, das ist ohne Zahn, aber halt in gut. Toothless. Alright, komm. Das ist actually ein solider Ramo. Das hat doch keine Zähne. Das hat nur Beile am... Hat Maxax gar keine Zähne? Willst du auch keine, auf jeden Fall. Kann man den irgendwie animieren? Moment, da müssen wir mal in den Buckedex. Weil das interessiert mich gerade. Max, das hat ja auch eine Zähne. Also, der hat keine. Äh... Sortieren. Bis dann, Johnny. Viel Spaß. Einfach wittig. Einfach wittig. Äh... Der hat keine Zähne. Nicht? Guck, ich seh keine. Aber bei der Animation? Ja. Aber bei der Animation auch nicht. Ich seh keine. Ha! Wait, wisst ihr, was mich interessieren würde? Haben Shinies auch eine andere Farbe im Mund? Ne, ne? Also, im Inneren sehen die gleich aus, glaube ich. Ja. Ja, okay. Im Inneren sehen die gleich aus. Ne, man meint. Es hätte mich jetzt interessiert, ob die dann auch irgendwie andere, andersfarbige Innereien zum Beispiel haben. Egal. Leute, das war die Shiny-Milzer-Reaction. Richtig, richtig geiles Pokémon, finde ich persönlich. Eins der besten Shinies im Spiel. No joke. Äh, Raze gewonnen ging Sammy. GG an die liebe Sammy. Und... Wir machen jetzt weiter mit... Let's go. Ach ja, YouTube-Plabs, schafft euren Arsch rüber wie Robson von YouTube, wenn ich mal Videos hochlade auf Twitch. Dankeschön.